und weil ich mich so elendig schnell ablenken lassen ja permanent was glaubst wie oft die irgendwas anders gemacht habe bis sie endlich dazu käme bin dass ich das fertig mache das war in letzter aufnahmesession schon ein großer erfolg dass ich die monsterfalle einfach durchgezogen habe da bin ich sehr sehr stürzt auf die hier danke oh mein gott als eis schnee schnee ich habe keinen platz mehr doch toll weil ich zombie brains dabei habe ich brauche eigentlich nur ein bisschen schnee für meine industrieküche muss ich mir irgendwann auch schnee selber machen wie kann man schnee selber machen da gibt es ein extra gerät für du musst kalt pulver das ist das gut so ich glaube schon ja sieht danach aus dann immer da lang warum fahre ich denn jetzt so langsam weil ich schon schnell gefahren bin okay es war schon das schnellste nein wirklich nicht minecraft schiff fahren da so ätzend lange ja i hate it bis das wie man selber schwimmen muss das stimmt das habe ich auch sehr spät erst erkannt in meinem minecraft leben dass es sich tatsächlich lohnt boote zu bauen oh for real bist du immer geschwommen ja oh gott am anfang wenn ich nach dem nach dem richtigen biogen gesucht habe oh gott es würde mich so aufregen oh ja oh mein gott da ist ein skelett wo ist denn erst mal die schnauze voll von irgendein boot ich habe keinen platz mehr ich habe irgendwelchen scheißmonstern da ist auch wieder ein skelett und eine spinne und ein zombie hai ich bin so ungefähr fünf mobs die mir hinterherlaufen nur ist das solide fanpage und jetzt habe ich hungern kein essen dabei da ist ein kriegbar ich bin immerhin schon mal bei dem sumpf wo die hexe wohnt soll die vielleicht echt essen so na doch magst nicht wenn du erfolg hast es geht sie ganz knapp aus ich will unbedingt die mining session meine spielzecke aufleveln und ich hoffe nur es war 100 94 xpd braucht und 300 zwar 3 ist der ability manchmal geht die durability aber auch um zwei punkte runter ich weiß es nicht tatsächlich ich will dich nur ergang das schöne spinn hinter mir jetzt habe ich meinen weil ich eventuell gerade irgendwo auf dem weg war und dazu fallen geht es da doch nein da geht es nicht durch erst mal driften ein einsamer creeper auf der insel ja da geht es lang ab zurück nach hause in die heimat ja da muss ich ganz viel reisen in ganz viele verschiedene biome damit sich das auflädt ja ja viel spaß dabei genau wenn ich hochkommen kannst du noch nicht mehr schlafen ja nein ich geh im bett mit ich hoffe ich denke drinnen wäre es nett nein ich brauche halt bestimmte biome oh mein leuchtturm hi leuchtturm oh da ist mein mann mein heim mein zuhause nach hause telefonieren und ich bin da so das war jetzt ein sehr kurzer ausflug dank dafür äh wie heißt das magic da okay Okay. Mhhhhhhhhhh... Ich bin vorrechter, ich hätte die ganze Zeit schon fahrt schon aufgehauen können. Naaaaaaaaaaaah... Ich lies grad, dass ich eh schon Modifier hab. Oh man! Wieso wurscht, dann levelt ich trotzdem das Level noch, weil dann hab ich 2 Modifier. Okay. Ich muss ins End nochmal. Dann Hills, Jungle, Magical, Mountain, Nether, Ocean, Sandy, Snowy, Swamp. Ich geh mal in den Nether. Dann hab ich den wenigstens auch gleich. Ich weiß noch nicht, wo irgendwas anderes ist. Als Swamp bin ich gerade durch. Und wo muss den überall hin? Creeper! Ist der grob mit dir ins Nether-Portal, Lainey? Nein, der war beim letzten Mal schon da. Oh. Aber dann war ich hier, als ich Game-Mode hatte. Creative. Ach, als ich Game-Mode hatte. Ja. Ich krieg heute vielleicht wieder Chinesisch zum Essen. Oh. Dann meine Mama zu faul ist zum Kochen und dann bestellt sie. Mamas langsam auch mit dem Trichter gekommen, dass das echt praktisch ist. Manchmal brauchen Leute ein bisschen dafür, aber ja, bestimmt ist groß praktisch. Es ist so super. Ich mach davon jetzt ein Foto, weil dann muss ich das nicht ständig aufmachen. Was ist denn das? Okay. Harry. Harry. Harry-Dot. Harry-Dot, das schnapp. Ich? Oh, das ist doch auch Swamp, oder? Nee. Mich ist die siegte im Mausgrund nicht. Ist geil, du schaust das schon. Ja, das Blöde ist, die Maus zeigt mir nicht an. Och Mann. Hatte ich nicht. Hatte ich keinen Biom-Finder oder so? Kompass. Ich hatte einen Kompass. Ja, genau da. Nature's Kompass. Ich suche nach Hills. Search. Und was suche ich Hills? Und was suche ich Hills? Oh, ich hab gute. C, D, E, F, G, H. Hell. Nee. Highland. Gibt da Hell-View? Unschein. Interessant. Nee, Hell is it a never. Oh, das war's einfach. Oh, okay. Das war's prüby. Um einfach nur Hell. Mann. Ist ja dann voll langweilig. Ich nehme Jungle Hills. 4491 Blöcke. Ja. Wow. Für Spaß. Ich nehme mein Bötchen mit. Und ein Bett. Yay. Peakex ist ein bisschen aufgelevelt. Okay. Alles klar. Und vielleicht auch ein bisschen essen. Okay, vielleicht ist das näher dran. Ja, 916. Das schaut doch schon viel besser aus. Ich kann endlich nach Hause. Oh. War schon so lange nicht mehr da. Ich frage mich, ob irgendwer irgendwas umgebaut hat. Mit Sicherheit niemand. Schaut immer gleich aus wie früher wahrscheinlich. Oh, es endet sich mit der Zeit. Überall nur Baustellen. Scheiße. Ich vergesse es mitzunehmen. Ja. Ich hoffe, ich finde wenigstens noch ein paar andere Biome, während ich das eine Biome suche. Die ich dann abhaken kann. Ja, gerade bin ich ja Prärin. Und ich muss wieder um Öl drum herum. Okay. Der Biome, also der Nature's Kompass ist echt praktisch. Du kannst einfach ein Biome eingeben und... Das findet ihr das. Ja, genau. Okay, das ist gut. Und dann zeigt er dir die Richtung an. Wo du hinlaufen musst. Ich muss ja ein bisschen meinen Kurs korrigieren. Jetzt halt. Ich glaub, den werde ich mal machen. Obwohl, was für Biome suche ich denn öfters. Ich suche eigentlich niemals, wenn irgendwann man ihn braucht. Ich muss auf alle Fälle um über das Wasser. Oh Gott. Och, heilige Scheiße. Ich hab kurz wahre 40 Level gelevelt in nem Ahnen Mining Trip. Gut, dass du deinen Obelisk hast. Oh jo. Und weiter geradeaus. Oh, guck mal, ich hab Ananas gefunden. Ananana-ananas! Oh jo, die unbedingt minde mal. Die liebte Ananas in dem Spiel. So. Weil du das Pam's Harvestcraft Essen noch nicht kennst. Na, kenn ich nicht. Was macht das? Sehr viel Essen aufladen. Ach, mir reicht die Ananas. Die macht vier Keulen. Ah, dann kannst du geile Burger essen. Ist schon geil, aber die Ananas macht vier Keulen. Das reicht mal. Ja, kann machen mehr. Ja, ich brauch nie mehr. Ich schon. Ich bin immer grundsätzlich auf drei unten. Oh nein, ich bin doch so ein Wubblepils gelaufen. Was auch. Ich glaube, ich kann die Magical auch vermeiden. Das ist irgendein Tag. Guck mal, da brauche ich wieder essen. Okay. Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder weg. Ich bin immer wieder weg. Ich bin immer wieder weg. Und da geht es um mal weg. Da war ich auch noch nie. Ach, was suche ich gerade? Jungle Hills, ne? Aus Du, so bei dem hier in den Koksuck. Ja. Ja, ich sehe sie schon. Ähm, glaube ich. Was sind Jungle Hills? Ach, ne. Birch Hills, nicht Jungle Hills. Weil die waren so weit weg. Birch Forest Hills. Bin da. Was sagt mein... Yes. 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 Ähm. War ich aber so ohne einen Jungle? Äh. Jungle. E, F, G, H, J. Jungle, 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 Jungle. Search. 4.005. Das tut mir verarschend, warum sind ja die Jungle alle so weit weg. Oh, ah. Ja, ich glaube ich weiß, welchen er meint. Das ist das einfach hübschste, das ich schon mal hatte. Da, einfach hübsch. Genau, 4.818 Dinger weg. Und dann laufen wir mal. Und dann laufen wir mal. Und dann laufen wir mal. Aber auch mal. Doch ein anderes Biom, das wir brauchen. Snowy, Sandy. Hochlegen. Alter. Ich hänge in Bäumen. Ach, ich kann jetzt mein System, mein ME-System ein bisschen erweitern, yay. Kleiner Streber. I, aber, ich... Streber. Ficker. Oh, guck mal, eine Kuh. Die kann ich eigentlich töten. Danke für dein Leder. Danke für dein Leder. Danke für nichts. Oh, ne, ich nehm den einfach nicht mehr in die Hand, das ist so deprimierend. Der immer noch steht 4000 Blöcke entfernt. Oh, guck mal, der weite Ozean, der liegt vor mir. Oh, find's Boot. Für dich wenigstens kein Essen. Ähm, Maximum Luck. Oh, das Meer sinkt irgendwie nicht so weit, wie er hofft. Nee. Jetzt hätte ich mir einmal wirklich gewünscht, dass da sehr viel... ...Masse ist. Und jetzt ist es dann auch vorbei. Vielleicht kann ich rechts drin vorbeischwimmen. Ja, das ist doch eine Insel. Haha. Wenn ich irgendwo Wüste sehe und... Uh, ein Magical... Ein Crystal Forest. Die sind auch voll schön. Da links. Schaut aber schön aus, ja. Ja. Die leuchten im Dunkeln. Äh... Wie heißt nochmal schnell das Buch, wo ich noch schauen kann, was ich mit dem Kissen... ...Material ist in you. Dankeschön. Bitteschön. Ich decke gerade... Ich entdecke gerade wieder Gebiete, wo ich doch nie war. Und decke meine Karte auf. Und hänge jetzt in einem Octopus. Super. Super. So richtig, wie ist das eine Wüse? Zähle, ist das eine Wüse?